Hallöchen und willkommen zurück. Ja ne, Event läuft gerade. Also Geburtstagsevent von Arion läuft gerade so mehr oder weniger. Also eigentlich weniger als mehr. Aber es gab immerhin schon mal eine Umfrage, wo man Federn bekommt. Und da gehe ich gleich näher drauf ein. Ich wollte jetzt erstmal schnell hier alles nähen. Genau. Ich habe mir wie gesagt ja die Feuerprobenmedaillen hier alle schön zusammen gekauft. Sonst zum Farmen hätte mir das jetzt wahrscheinlich zu lange gedauert wie auch immer. Egal, ich habe sie. Hole dann auf Level 55 das ganze Zeugs ran und gucke jetzt nochmal genau wie viel ich habe. Ich hoffe es reicht jetzt. 220.000 könnte eventuell sogar reichen. Ja, genau. Ähm, ja. Ich glaube den Schatten hatte ich gerade eingestellt. Egal. Ist ja auch nicht so schlimm, ob mit oder ohne Schatten. Schatten habe ich groß genug. Ich glaube, brauche ich hier nicht noch welchen und so. Auf jeden Fall. Ist jetzt Geburtstagsevent. Läuft überall in der Trea. Außer in den Startgebieten und im Abyss. Genau. Stehen, ähm, können in der Weltkarte, ähm, Torten rumstehen, die irgendwas drin haben. Ich weiß es nicht mehr. Ach, ich habe mir das nicht alles durchgelesen. Verstanden habe ich es auch nicht. Ich habe es nur so ein bisschen überflogen. Auf jeden Fall gibt es da ähm, Torten. Da können auch hier so eine Federn raus bekommen. Die hat man jetzt erst, die hat man jetzt erstmals Umfrage bekommen, weil, äh, Gameforge leider, ähm, das nicht richtig zum Laufen bekommen hat. Und jetzt, äh, auf, äh, auf Korea warten muss, dass da von der Hauptzentrale halt von Gameforge, würde ich sagen, von NCsoft, dass da, ähm, ein Fix kommt, damit da alles vernünftig funktioniert. Wie gesagt, ähm, ist jetzt ein Event, was läuft. Eigentlich bekommt man alle halbe Stunde, ähm, hier so eine blaue Feder ins Inventar. Maximal acht Stück am Tag, also vier Stunden einloggen. Und man hat das Maximale, ähm, an diesen Federn draußen. So, ich werde gleich mal, ähm, nach Sanktum gehen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für das, ähm, ruckeln, was gleich sein wird, weil ich glaube, da ist jetzt relativ viel los, weil gerade bei AFK-Events ist es immer so, dass dann die Server wieder voller sind als sowieso, also als sonst. Weil einfach, weil alle Leute eingeloggt rumstehen und, äh, warten, dass, ähm, sie so eine Feder ins Inventar bekommen. So, wie gesagt, ich näher mich dem mal ganz langsam. Ähm, die Framerate wird hier mal ein bisschen einbrechen. Wie gesagt, entschuldige ich mich jetzt schon mal für das ein bisschen ruckelt. Aber wie gesagt, ah, hier drüben stehen noch unsere ganzen coolen Quests. Ich gehe mal nochmal kurz zu dem, der so eine, so eine normale Quest hat. Ach, der gibt nochmal Münzen, okay. Ist ja erstmal nicht so wichtig. Auf jeden Fall. Hauen wir uns mal kurz die Sachen an, genau. So, wie gesagt, sollte dann, ich nehme jetzt, jetzt auf, also ist morgen, also am 19.9. geht das Video on, ne. Also, lade ich es auf YouTube hoch, so. Auf jeden Fall sollte dann morgen, Stand jetzt, morgen dann fix kommen aus Korea. Und der wird dann auf die Server gespielt. Und dann bekommt man alle halbe Stunde eine Feder ins Inventar von diesen hier. Gerade ist noch bis, ähm, bis Freitagmittag, Nachmittag, 15 Uhr, glaube ich, oder so, noch eine, ähm, eine Umfrage, wo man zwölf Stück als Entschädigung bekommt. Und, ähm, die bekommt man einmal pro Account. Also nicht schön mit jedem einloggen, sondern mit einem Char abholen und, äh, dann aufmachen. Da bekommen dann verschiedene farbige Federn raus. Hier zum Beispiel im Chat. Blaue Feder. Hier ist es auch nochmal schön erklärt. Ähm, eine blaue Feder des Gebieters. Es empfiehlt sich, ähm, auch Federn in anderen Farben zu sammeln. So. Ja, jetzt wird man hier auch schon voll gespammt. Ich lehne mal, äh, dankend ab. Ähm, auf jeden Fall. So viel Geld habe ich gar nicht. Auf jeden Fall kann man hier die Federn zusammensetzen und bekommt dann hier diese, goldene Feder, die mir hier gerade netterweise angeboten wurde. Die kann man dann hier eintauschen, ähm, in verschiedene Sachen. Ähm, mal das wieder in den Vordergrund drücken. Ich werde hundertprozentig hier nicht genug rauskriegen, um es einmal zusammenzusetzen, um es fortzuführen. Ähm, aber auf jeden Fall kann man diese Federn auch verkaufen. Wie ihr seht hier, kaufe einmal blaue Feder. Die werden schon schön durch die Gegend gehandelt. So, jetzt aber zu den Belohnungen. Hier gibt es einmal Schriftrollen. Hier gibt es auch Schriftrollen. Also hier laufen, erwachen. Ähm, Essenz des Gebieters ist Nahrung. Weiß ich nicht genau, was es sein soll. Egal, auch gut. Mut. Dann haben wir hier Bündel mit Königsamenkräutern. Das sind die, ähm, das sind Heiltränke in Besser sozusagen. Die heilen, leben und, ähm, nehmen zusätzlich zwei, ähm, Zustände runter. Dann haben wir hier Silbermünzen, Goldmünzen. Warum kosten Silbermünzen mehr als, ach nee, hab ich gerade verwechselt. Okay, ich dachte, die eine kostet zwei, die andere eine, aber nein. Lauter Münzen, 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 wie man hier sieht. Dann hier, ähm, Feuerwerkskörper. Feuerwerkskörper werden sich bestimmt total viele Leute holen. Ähm, Geburtstagskuchen. Ist ein Kisk, ist ganz nützlich eigentlich, ist ein Gruppenkisk, der sich unendlich, oder nicht unendlich, aber der sich stapeln lässt. Nicht so wie normal, ihr kauft einen Kisk, zwei, und dann habt ihr hier zwei Plätze verbraucht. Nee, der lässt sich stapeln. Dann hier ein Titel, weiß ich nicht. Geburtstagsfeier. Weiß nicht, weiß jetzt gerade nicht, ob es das, äh, nochmal irgendwo anders gibt. Egal. So, und dann hier hochwertige, haben wir Kelche. Okay, also AP-Relikte, Kronen auch AP, aber da kommt jeweils immer eine raus, also wird sich wahrscheinlich nicht so sehr lohnen. Dann, ähm, Bündel sagenhafter Gottsteine. Ähm, soll wohl anscheinend nur, ähm, Damage-Gottsteine und keine Zustands-Gottsteine rauskommen, also auch wieder ein bisschen fraglich. Ähm, mit verschiedenen Mehrfach, das werden dann einfach die blauen Mana-Steine sein. Aussehensveränderungsticket kostet 100, warum auch immer. Hätten sie eigentlich auch billiger machen können, aber ist halt ein Shop-Item, ne, das wollen wir nicht so teuer machen. Dann haben wir hier, ähm, antike Münzen. Das könnte vielleicht noch was sein, wenn da nicht nur einer rauskommt, das antike Münzen enthält. Naja, da muss man erstmal gucken. Dann hier Medaille des Kampfes, also diese Battlefield-Medaillen. Äh, bei den ganzen Medaillen würde ich erstmal gucken, was überhaupt, oder erstmal hoffen, dass es sich einer holt und dann fragen, wie viele da rausgekommen sind, weil, naja. Ist ja meistens so, dann kommen da nur fünf Stück raus oder so, das lohnt sich dann nicht wirklich. Dann haben wir hier ein Färbebündel, da wird dann wahrscheinlich, ja, einfach Farben drin sein. Die Ideens mögen auch ganz gut sein, aber, ja, wie gesagt, da muss man erstmal alles durchgehen. Ich weiß nicht, was sich hier lohnt und was sich hier nicht lohnt. Ähm, ich würde sagen, ich mache jetzt mal kurz hier... Habt euch wohl. Ja, hab ich. Nachdem ich jetzt hier alles durch, fange ich mal an, hier die Dingsis aufzumachen. So, hier haben wir eine gelbe Feder. Wie gesagt, es steht nochmal alles im Text beschrieben, was man, ähm, dass man die vier verschiedenen Farben braucht. Gelb, Blau, Grün und Rot. Gut, Blau scheint bis jetzt am wenigsten vorhanden zu sein, also freut euch, wenn ihr eine Blaue habt. Hier haben wir eine Rote, genau. So, zwölf Stück ist nicht so besonders, siehst ihr, da ist schon die zweite Rote. Zweite Gelbe. Gleich kommt bestimmt noch eine Grüne, aber eine Blaue werde ich nicht bekommen. Oh, Blau, ich sag's noch. Oh, geil, eine Blaue Feder. Aufgepasst, Leute, vielleicht habe ich ja doch Glück, aber vielleicht kriege ich gar keine Grüne, aber ich glaube, die Grünen sind nicht so teuer am Kaufen. Doch eine Grüne. Ja, das ist Vorführeffekt, super. Besser kann's ja gar nicht laufen. Zwar nur eine Blaue, aber, ey, mein, ich kann was zusammensetzen, das ist ja schon mal... Okay, hier haben wir es also ausgeglichen. Wie ihr seht, ähm, ich glaube, Rot sind echt die, die am meisten rauskommen. Jetzt haben wir Glück gehabt, ich werde die aber jetzt auch nicht verkaufen, sondern euch einmal hier vorführen. Mal gucken, ob ich hier... Hier Feder, genau. Hier kann man dann zum Beispiel mal gucken. Da, die verkauft blaue Federn, mehr als genug. Gucken wir mal, was man da für eine verlangt. 6 Millionen für eine Blaue Feder. Da wir hier nicht so China... Achso, Moment, hier war ja noch einer. Ah, nee, der erzählt nur von den Torten. Genau, wie gesagt, die stehen in ganz Andrea rum, außer im Abyss und in den Startgebieten. Aber da wir jetzt glücklicherweise eine Blaue, besser kann's ja gar nicht sein, dann werde ich die jetzt mal zusammensetzen und dann zeigen... Tadaa, haben wir eine Goldene rausbekommen. Mit einer Goldenen können wir zwar vielleicht noch nicht so viel anfangen, aber wir haben immerhin schon mal eine Goldene. Und ich hab euch gezeigt, wie das hier geht, ne? Super. Und ja, die ganzen Sachen hier sind alle, naja, einfach zu teuer, keine Ahnung. Und lohnen sich nicht, nicht wirklich. Die Sachen, die sich lohnen, kosten wieder ein bisschen... Ich glaub, äh, weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wahrscheinlich, äh, die lohnen sich die Bündel mit den, mit den Mana-Steinen fast am meisten. Weil wie gesagt, wenn ihr nur, ähm, Damage-Gott-Steine, die kann man auch billig im Ahr kaufen. Und, äh, Medaille-Antikel-Münzen und Medaillen des Kampfes werden einfach nicht genug rauskommen. Nämlich jetzt einfach, also würde ich jetzt für mein Empfinden sagen, das war schon immer so, da kommt dann, äh, nicht genug bei rum. Wenn ich natürlich falsch liege und da, äh, 500, was weiß ich, wie viel rauskriege, dann, ähm, wird sich das lohnen, aber ansonsten nicht. So, wie gesagt, wir sind jetzt hier in Ingison gebunden, dann machen wir jetzt einfach mal... Nein, machen wir nicht. Ich hab nämlich was vergessen, mir zuzuschicken, die Mana-Steine, aber es macht erstmal nix. Machen wir dann. Wir gehen jetzt erstmal schnell, ähm, gucken, ob die, ob die hier die Machtkampfe, Machtkampfe, sage ich schon, die Feuerproben-Medaillen jetzt ausreichen, um das Ganze zu holen. Kann ich zwar noch nicht anziehen, aber ist nicht so schlimm. Ich freue mich ja umso mehr, dass ich eine blaue dabei hatte und gleich mal zeigen konnte, wie, äh, ja, wie das aussieht. Na, wir hatten die ganzen, die grünen, rote, gelbe, die blaue haben wir jetzt zusammengesetzt, zusammengefügt und haben eine goldene rausbekommen. Die kann man jetzt nicht mehr handeln, also von... Wenn ihr nur Geld machen wollt und eh nix von den Sachen holen wollt, dann... Fügt ihr die nicht zusammen, sondern verkauft einfach die Federn und die, äh, ja... Auf dem... Tja, ist mir das... Oder finde ich es nicht so schlimm, wenn da... Jetzt irgendwas rumliegt, womit ich doch nix anfangen kann. Ähm... So, genau. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so mega gut ist für, äh... Für Baden an sich, aber... Ähm... Ich glaube, ich hole es einfach mal, einfach um, um eine vernünftige Rüstung zu haben. Ist auch überall, äh, ist auch Magieverstärkung überall drauf. Das ist, also... Es kann sich nur lohnen eigentlich, in meiner Situation. Auf jeden Fall. So, wir gucken mal, wie viele Discs sind, sind 151. Also wird es nicht, wird es nicht ganz reichen, muss ich da noch ein paar holen. Aber ich drücke jetzt einfach mal auf Kaufen, damit ich es habe. Mal gucken. Göttliche, Göttliche. Noch einmal kurz durchgehen. So, Kaufen. Ja, möchte ich. Tada. Sind wir für 55, für Level 55 schon mal ausgerüstet. So, jetzt habe ich noch 68.740. Ja, dann gucken wir jetzt noch mal ganz kurz, wie viele uns noch fehlen. Sind nämlich gar nicht so viele für die Waffe noch. Hier haben wir das Seiteninstrument. Ähm... Pi mal Daumen, 1500 fehlen. Sollte relativ fix, ähm, geholt sein. Machen wir hier mal wieder zu. Ähm... Ich brülle jetzt einfach mal ganz kurz. Ja, den coolen habe ich noch drin. Ähm... 24er, Inf, Please, genau. Mal gucken, ob da einer reagiert und mich einlädt. Dann können wir da mal schnell reingehen. Und eben, ähm, schon mal 420. Äh, fehlen dann nur noch, ähm, knappe 1000. Die sollte man auch noch zusammenkriegen, wenn ich nochmal ein bisschen Arena, wenn ich nochmal in die Arena reinlaufe oder was. So, mich besiegt keine Illusion. Slash P. Ah ja, ist jetzt natürlich weg. Gleich bedanken. Dumm-di-dum. Ah ja. So, nochmal bedanken und einfach, wie gesagt, Gruppe verlassen. Fertig ist, raus die Maus. Haben wir 420 mehr. Sehr gut. So, wie viel haben wir jetzt noch? Ah ja, hier mal zusammensetzen. So, jetzt haben wir 69.160. Ja genau, fehlen noch genau 950. Naja, das klingt doch ganz gut. Dann, ähm, Tickets und so sind schon abgelaufen, klar. Herrlicher Tag, nicht wahr? Aber hier mal ein Ticket. Ja, vielen Dank, die landen ja eh hier drinnen. So, dann haben wir das. Jetzt gehen wir aber nach Ingison. Und, ähm, ich würde sagen, die, hier ging es jetzt eh schon fast die ganze Zeit nur ums Event. Wir haben, konnten die Feder zusammensetzen, besser geht's gar nicht. Einmal gezeigt, wie es ist. Ähm, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz, weil das Wölkchen schon wieder abgelaufen ist. Ist blöd, wenn man hier immer noch ein paar Mal spielt, aber ist nicht so schlimm. Ähm, gehen wir jetzt schnell das Wölkchen an die andere Seite ist das Lager. Selber erstmal gucken. Und dann, wenn ich jetzt schon zu viel Glück mit der Feder hatte, vielleicht. Aber nur vielleicht finden wir dann auch noch so ein Törtchen, was hier rumsteht. Und, äh, ja, sehen das dann auch nochmal live. Der kauft immer noch zwei Dinge, das brauchen wir alles nicht, okay. Ah, da unten ist man da genau, wollte ich sagen, ein Wölkchenkistchen müsste ich hier noch rumfliegen haben. So, mal gucken, was wir für eine Farbe kriegen. Eine blaue. Ein Flauschuss, dann schwingen wir uns mal auf Flauschuss. Und gehen jetzt mal kurz auf Erkundungstour und hoffen, dass, ähm, dass wir irgendwo so eine Scheißkiste finden. Äh, so eine tolle Geburtstagstorte, meine ich, finden. Nicht Kiste. Und, ähm, beim nächsten Mal machen wir dann einfach, einfach weiter, wie gehabt, ne. So, la la la, hallo. Ich hoffe, wir werden hier nicht allzu schnell runtergehauen. Ähm, Pluma, Pluma. So, ich mache hier auch nur, also ich bleibe hier auch nur im ersten, ich fahre jetzt hier einmal links rum. Ich bleibe auch hier vorne in der ersten Zone und gucke einfach mal so fünf bis zehn Minuten vielleicht, ob ich so eine Torte finde. Aber wenn ich hier nur, ähm, blöd in der Gegend rumfahre, mit meinem Flauschuss macht die Sache nicht besser. Äh, jetzt werde ich bestimmt gleich runtergehauen, weil die immer blöd ist dann. Aber eigentlich dürfte es mich ja nicht mehr treffen, soweit wie ich weg bin. Genau. So, gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht genau, wie die aussehen. Aber ich glaube einfach mal, dass die so, die werden so ähnlich aussehen. Also, wie gesagt, das ist eine Geburtstagstorte. Die steht einfach mit einem irgendwo einer Pampa. Wenn hier eine steht, sollte uns die ja auffallen eigentlich. Und, ähm, wie gesagt. Und da können dann auch so Federn, glaube ich, sogar goldene drin sein, die da rauskommen. Und der Rest fällt mir gerade gar nicht ein. Ich glaube, irgendeinen Buff geben oder so. Also, das war nicht so spektakulär eigentlich. Ich weiß gar nicht, auch gar nicht, ob es sich so wirklich lohnt, danach zu suchen. Aber, ich meine, manche hatten nach einem halben Tag schon ihre Routen und meinten, ja, ich habe jetzt schon da und da was gefunden und habe jetzt meine Routen, die ich ablaufe. Da dachte ich ja auch, okay. Also, manche haben mal Glück oder wissen, wo sie nachgucken müssen, um, ähm, um die Positionen zu kennen. Vielleicht, ich glaube auch, das gab es im, äh, in Amerika gab es das, ähm, schon letztes Jahr wohl. Dieses Event und, ähm, ja, vielleicht haben die, oh, jetzt wurde ich zurückgesetzt, vielleicht haben die da auch ihre Informationen einfach aus dem amerikanischen Forum. Das kann ja natürlich auch sein. Kann ich jetzt weder bestätigen noch dementieren, von daher lasse ich es einfach mal so im Raum stehen. Ich meine, da ist man ja schnell mal durchgeklickt und hat das mal ein bisschen angeguckt, also, von daher. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die aussehen genau, wirklich, äh, Torten halt, aber wie gesagt, ich denke mir, wenn, wenn irgendwo eine Torte rumsteht, dann werde ich schon, äh, werde ich schon drauf aufmerksam irgendwie, weil, hier steht ja sonst nicht einfach eine Torte irgendwo im Weg rum. Von daher sollte das eigentlich schon auffallen. Ich hoffe, wir werden hier nicht runtergehauen. Ich will doch einfach nur zwei, drei Minütchen hier nach der, nach den Torten gucken. Kommt mal einer hinterher? Ne, doch. Machen wir mal einen Stück weiter. Wie gesagt, ich hoffe einfach, wir finden eine. Wenn nicht vielleicht beim Leveln oder so, dass man mal eine findet. Das kann natürlich auch sein. Ähm. Ja, vielleicht fahre ich dann unten den Weg da nicht lang, weil es zieht sich jetzt ganz schön in Länge. Ich meine, es macht auch keinen Spaß hier einfach nur durch die Gegend zu irren. Ähm. Ohne Sinn und ohne Ziel. Ne, Ziel haben wir schon. Wir wollen eine Kiste finden. Eine Kiste, ich sage immer Kiste. Wir wollen eine Torte. Wisst ihr was? Ne, ist nur der Obelisk, ne? Ja, schade. Ähm. Wir wollen eine, na gut, wird auch nicht auf der Karte angezeigt. Wir wollen ja nur eine Torte finden eigentlich. Um die mal zu zeigen. Wie sie denn aussieht. Und was da so rauskommen kann. Ähm. Ja, Infos gibt es auch einfach auf der Gameforge Seite, ne? Also auf der Homepage, auf der normalen. Ähm. Aber die haben so große Agro-Radien. Ich hoffe, ich komme da vorbei. Ich hoffe, ich komme überhaupt mal hoch. Aber der ihr, das war auch mein extremes Elite-Gebiet. Aber jetzt, wie ihr seht. Machen wir mal kurz hier in Dings rein. So. Gucken wir mal. Wie gesagt, das war hier echt mal ein richtig böses Elite-Gebiet. Oh, die halten immer noch gar nicht was aus. Aber ich werde ja wohl einen irgendwie tot kriegen. Hoffe ich. Na, da kommt noch einer. Ja, nimm den Skill doch. Danke. Na ja, EP geben sie nicht gerade viel. Aber ich will hier nur mal einmal durchgucken. Na, aber dafür 5000-Kiner. Na ja, mal hin. So, dann gucken wir mal, ob wir uns hier irgendwo an der Seite vorbeischleichen können. Ich habe nur keine Lust hier alles hinter mir herzuziehen. Und dann am Ende, ne? Bin ich nur tot und liege hier irgendwo rum und wollte eigentlich nur nach Torten gucken. Ich bin mal so schnell auf die Wolke hier drauf. Ich habe leider auch echt überhaupt keine Ahnung, wo genau die rumstehen sollen. Wie gesagt, also es kann in ganz Adria, außer in den Startgebieten und im Evis. So steht es zumindest auf der... Ähm... Oh, scheiße. Auf der Homepage und so drauf. Und deswegen gucke ich jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Hoffe, dass wir nicht sterben, sondern irgendwas finden hier vielleicht. Aber ich glaube, ich sterbe eher, als dass ich was finde. Aber egal. So, dann gehen wir mal so. Aber ich wog nie. Ich habe mich hier jetzt schon wieder gesehen, Alter. Achso, die... Der eine sagt dem Bescheid, der andere sagt dem Bescheid. Okay. Und der sagt dem Bescheid. Genau. So, wir hoffen einfach mal, dass wir hier schnell wieder rauskommen irgendwie. Äh, Minimap war noch 8 da unten, was ich gerade gar nicht gesehen. Ja, das wird jetzt ein paar Mal düdöd machen, weil hier einer den anderen und sowieso und überhaupt hast du nicht gesehen. Wir gucken aber nur noch Törtchen, Törtchen, Törtchen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, die Torte gibt mir, äh, zeigt sich heute nicht mehr. Obwohl hier hinten, also wenn hier hinten eine wäre, hätte man sie eigentlich finden müssen, weil, äh, wer geht denn hier hin, bitte? Niemand. So. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir hier wieder, ähm, heil runterkommen, aber es sieht ganz gut aus. Die geben hier auch die Verfolgung auf. Hm. Also entweder steht der da wirklich nur blöd rum, oder, äh, das ist ein Spawnpunkt von, äh, von der Torte. Kann natürlich auch sein, weil ich glaube, manche stellen sich da einfach an, wenn sie einen Punkt gefunden haben und, ähm, und warten dann da, bis, bis wieder respawnt. Und, äh, machen wir nicht, weil, so viel Langeweile habe ich noch auch wieder nicht. Mich da stundenlang an eine Stelle zu stehlen und, oder, ich weiß nicht, ob es stundenlang ist. Aber ich nehme einfach mal an, dass es nicht innerhalb von zwei Minuten da die nächste kommt, sondern, dass es schon ein bisschen auf sich warten lässt, die gute Torte. Den muss ich jetzt leider älten. Die kommen ja in uns von lang. So, ich glaube, ich gebe es jetzt auch, was heißt, ich gebe es auf. Wir fahren gleich einfach, ähm, weiter im Text, genau. Äh, Display, 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 was war das? Hier war Display, genau. So. Ja, leider keine gewunden. Ich habe auch nicht, habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass wir jetzt hier eine finden. Ich gehe mal jetzt zurück nach, ähm, Ingison. Ich habe jetzt genug hier vom Event erzählt, also sollte eigentlich jetzt soweit hoffentlich klar sein. Ab morgen, beziehungsweise dann ab heute, wenn das Video da ist, äh, bekommt man jeden Tag Maximal acht Federn, die man jeweils aufmachen kann. Dann kann dann eine grüne, rote, gelbe oder blaue rauskommen. Wenn man alle vier hat, kann man sie zusammensetzen zu goldenen. Und mit den goldenen kann man dann die Event-Sachen kaufen. Soweit, äh, die Theorie. Praktisch muss man dann gucken. Wie gesagt, äh, Kuchen kann man auch, die Törtchen stehen überall wohl in der Trähe herum, kann man suchen. Und da können auch, ähm, Federn drinne sein. Diese blauen, glaube ich, ich glaube sogar auch goldene. Und, ähm, damit kann man sich dann schöne Sachen holen. Gucken wir mal kurz nach den 22ern. Ähm, davon hatte ich, glaube ich, noch ein paar. So, die kosten so viel. Ich gucke nur einmal ganz kurz. Und die sind schon wieder mehr als über teuer. Och du Scheiße. Es gibt keine 25er. Ups. Also, 27er gibt's aber. Also, ich sockel den mit 22ern. Okay. Ähm, also hier auf die Sachen sockel ich dann 22er. Ja, danke, leb wohl auch. Wie gesagt, Event. Vier verschiedene Federn. Ergeben eine goldene. Mit den goldenen kann man tolle Sachen kaufen. Kuchen überall in der Latreia suchen, außer in den Stadtgebieten. Und, ja. Wie gesagt, das war's erstmal. Und, äh, nächstes Mal gehen wir dann in die Arena. Also, danke fürs Zuschauen. Und bis denn, ciao.